heute einmal ein weihnachtliches gesteck bastelei ohne kerze und zwar habe ich da einfach nur ein altes brett genommen darauf mit heißkleber jede menge rinden stücke aufgeklebt es waren sogar ziemlich kleine darauf habe ich dann den nikolaus geklebt die engelchen und lauter plastik weihnachtskugeln ein konifären zweig ein kiefern zweig und eine led lichterkette und die silbernen hirsche dazu getan und schon haben wir ein wunderschönes kleines weihnachts advents gesteckt dazu möchte ich euch sagen menschliche wärme gab dem leben atem luft und flügel ich hoffe es hat euch gefallen und bis zur nächsten idee bis zum nächsten türchen euch einen wundervollen tag und bis zum nächsten